Farafra die Senke El Farafra, liegt im Westen der westlichen Wüste im ägyptischen Gouvernement Neuestal. Die Senke ist etwa 300 Kilometer von Asyut im Niltal entfernt. Sie ist zwar die zweitgrößte bewohnte ägyptische Senke, jedoch besitzt sie die geringste Einwohnerzahl und die wenigsten Siedlungen. Der Hauptort der Senke ist die gleichnamige Stadt El Farafra. Orte Ist der Hauptort der Senke, lange Zeit war er auch der einzige, in dem auch der Großteil der Bevölkerung wohnt. In der Stadt befinden sich einige Hotels, und sie bietet sich aufgrund ihrer zentralen Lage als Ausgangspunkt für Ausflüge sowohl in die nähere Umgebung als auch in den Nationalpark Weiße Wüste an. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind die Speicherburg El Quasa und das Museum des Künstlers Badre Abd El Mugni Ali. Im Westen der Stadt kann man in Palmenhainen spazieren gehen. Es gibt zudem weitere besiedelte Dörfer wie vornehmlich im Bereich der Fernverkehrsstraße, etwa 5 im Süden, 3 im Norden, und mehrere unbewohnte Brunnenareale, so genannt Hatja, im Wesentlichen im Süden von El Farafra. Ist das südlichst gelegene Dorf in der Senke. Nördlich von El Farafra der mit seinen Kalksteinfelsen ist wohl die bekannteste und beliebteste Sehenswürdigkeit in Ägyptens westlicher Wüste. Etwa 15 Kilometer nördlich der Stadt, etwa auf Höhe des Nordrandes des, befindet sich der durch eine Brunnenbohrung entstandene. Südlich von El Farafra Auch Ein-Giljav, Ein-Jilav, ist ein Oasengarten mit unterirdischem Aquädukt, Galeriebrunnen, und antiken Felsgräbern, der bereits von der Straße aus sichtbar ist. Andere Oasen mit derartigen Brunnen sind zum Beispiel Kschna und Ein-Kuhverein, Ein-Kafri. Auch Ein-I-Sei, etwa 5 Kilometer westlich der Straße bzw. etwa 10 Kilometer von der Stadt El Farafra entfernt in der Wüste gelegen, ist eine wichtige archäologische Städte in der Senke mit Siedlungsresten, Brunnen und Gräbern aus römischer Zeit. Auf Weg dahin befindet sich das Totenfeld von Ein-El-Hagar. Nordwestlich von El Farafra Das gehört zu den frühesten Siedlungsplätzen im Bereich der Senke. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört eine Höhle mit prähistorischen Felszeichnungen. Es ist aber eine Sondergenehmigung für den Besuch des Dals notwendig, die man zum Beispiel bei der Polizei in El Baviti, El Baria, erhalten kann. Lage Die Senke El Farafra befindet sich im Westen der westlichen Wüste, grob gesehen etwa auf halbem Weg zwischen den Senken El Baria und Etdachla. Der Hauptort El Farafra liegt etwa auf derselben nördlichen Breite wie die Stadt Asjud am Nil, liegt aber etwa 320 Kilometer von Asjud und 280 Kilometer von der Grenze zu Libyen entfernt. Die Senke El Farafra ist die zweitgrößte bevölkerte Senke in der westlichen Wüste und hat etwa die Form eines unregelmäßigen Dreiecks mit der Spitze im Nordosten. Sie reicht von 27 Grad 20'o bis 28 Grad 59'o, West, Ost, bzw. von 27 Grad 42'n bis 26 Grad 18'n, Nord, Süd. Die Ausdehnung von Nord nach Süd beträgt etwa 200 Kilometer, die von Ost nach West etwa 90 Kilometer. Im Osten und Westen wird die Senke durch steile Kalksteinfelsformationen begrenzt, die etwa 250 Meter über das Niveau der Senke hinausragen. Im Westen befindet sich das El Fsabu Sa'id Plateau, das sich von Nord nach Süd über etwa 10 Kilometer erstreckt. Im Süden ist die Senke offen. Die Senke befindet sich etwa in einer Höhe zwischen 70 und 91 Meter, nur die Quelle im äußersten Norden liegt mit 26 Metern deutlich tiefer. Die Senke konnte aus verschiedenen Richtungen über mehrere Karawanenrouten erreicht werden. Nach Nordosten bestand eine Anbindung an El Baria. Die Route etwa im Bereich der heutigen Straße führte über Ein El Wadi und El Heiz. Wenn man von El Farahfra kam, wurde sie Dab Baria, in der anderen Richtung Dab El Farahfra genannt. Die Strecke ist etwa 160 Kilometer lang. Mit Kamelen war man ungefähr drei Tage unterwegs. Eine weitere Karawanenroute, der Dab El Farahfra führte nach Ettachla. Die knapp 200 Kilometer lange Route, für die man etwa vier Tage benötigte, folgt aber nicht der modernen Straße, sondern führt auswärts über. Die heutige Straße führt über Abou Minka und ist mit 300 Kilometern beträchtlich länger. Nach Osten führte eine weitere Route, der Dab Asjud. Nahe der Stadt Asjud führten Pisten von Dachlud oder Meir nach Bani Adi und von hier aus weiter nach El Farahfra. Die Strecke ist 280 Kilometer lang und ließ sich in etwa sieben Tagen bewältigen. Diese Route wird heute noch benutzt, um zur Tropfsteinhöhle Djarra zu gelangen. Die Karawanenrouten nach Libyen oder Siva führten über die 75 Kilometer nordwestlich von El Farahfra gelegene Senke. Üblicherweise erreichte man die Senke, indem man das El Kfs-Abus-Ai-Plateau im Norden passierte. Man konnte das Plateau auch westwärts passieren. Die Route nach Siva führt über El Bachrhein und El Arak. Es ist denkbar, dass diese Route noch bis ins Wadi-En-Natron weiterführte. Landschaft Der Großteil der Senke ist heute vegetationslose Wüste. Felsen und Untergrund bestehen meist aus Kalkstein oder Kreide. Die Senke ist flach und wird nur durch wenige vereinzelt stehende kegelförmige Hügel unterbrochen, sowohl nördlich als auch südlich der Stadt El Farahfra, sie alle heißen El Kuna, meist El Gana gesprochen. Östlich des Elks Abus-Ai-Plateaus befinden sich zudem zahlreiche kleine Kalksteinzeugenberge. Der Boden ist mit Sand verweht. Es lassen sich hier aber stellenweise einige Mineralien wie Pyrid und Markazid, beide sind Eisendisulfid, aber mit unterschiedlicher Kristallform, insbesondere im Norden der Senke im Bereich von Ain-Bisch-Wiefinden. Die Materialien sind aber nie in Bergwerken abgebaut worden. Entstanden ist die Wüste aus den Überresten mikroskopisch kleiner Meeresbewohner, deren Lebensraum sich hier vor etwa 80 Millionen Jahren befand. Nach dem Verschwinden des Meeres sorgten Winde für die Ausprägung der heutigen Felsen, deren Form durch die Zusammensetzung bzw. Härte der Gesteine und deren Schichtfolge bestimmt wurde. Gelegentlich lassen sich Fossilien wie Muscheln oder Siegel finden. Um 1900 gab es in der Senke 18 Quellen, davon waren um 1974 noch 10 Funktionstüchtig. Nördlich der Hauptquelle Ain-El-Bilat, deren Temperatur etwa 26 Grad Celsius beträgt, wurde die einzige Ortschaft El-Farafra mit seinen Gärten angelegt. Das Wasser aller alten Brunnen hat etwa dieselbe Temperatur. Im Bereich der anderen Quellen wird nur etwas Landwirtschaft betrieben, Gehöfte gab es kaum. Der Boden in den Oasen ist ein kalkhaltiger Tonboden. Namensgebung in pharaonischer Zeit hieß die Senke Tau, T3it, T3iv, das Land der Kuh. Der Ursprung des Namens ist unbekannt. Gelegentlich wird aufgrund des Namens ein Bezug zum Hathorkult postuliert, der sich aber weder in schriftlich noch archäologisch begründet ist. Die Hypothese leitet sich davon ab, dass die Göttin Hathor häufig als Kuh dargestellt wird. Möglicherweise wurde diese Senke in römischer Zeit als Triniteos Triniteos Oase bezeichnet. Allerdings ist diese Annahme umstritten. Der Name ist nur im römischen Staatshandbuch Notitia Dignitatum als Quartier eines Truppenteils überliefert. Die heutige Bezeichnung El-Farafra ist sicher arabisch. Dr. Wetzstein von der Rolfs-Expedition war der Meinung, dass Farafra der Plural von Farfar ist, was Sprudelquell bedeutet. Bevölkerung zu den Altbewohnern gehören ehemalige Christen, Libyer bzw. Berber und zugewanderte Beduinen aus dem Niltal. Die Bevölkerung vor dem massiven Zuzug ab den 1990er Jahren bestand hauptsächlich aus vier Familien. Das waren die arabischen Rakabiyah, die ursprünglich aus dem Higaz stammten und um 1700 aus dem Niltal nach Farafra zogen, 1981 350 Familienmitglieder, die Adiyah aus der Zyrenaika, Nordlipien, und die im 19. Jahrhundert aus dem Niltal umgezogenen Hananwar, aus Asyut, und Eramaihat, aus Mania. Hinzu kamen Sudanesen, die als Sklaven nach Ägypten gekommen waren. Die Bevölkerung wurde von den Reisenden des 19. Jahrhunderts immer wieder als friedlich, gastfreundlich, diszipliniert, aber auch als arm und einfach beschrieben. Die Ausnahme ist nur Gerhard Rolfs, der die Einwohner zwar als unfreundlich beschrieb, aber er hatte sie ja auch mit seiner Begrüßungsgewehrsalve in Angst und Schrecken versetzt. In Kleidung und Sprache unterscheiden sie sich von den Nachbarsenken. Das traditionelle Gewand der Männer ist die Galabia. Europäische Kleidung wurde durch die Lehrer und Beamten aus dem Niltal eingeführt. Die alteingesessene Bevölkerung lebt streng religiös, die Frauen zurückgezogen, und natürlich ohne Alkohol. Etwa bis zum Ende der 1980er Jahre stieg die Bevölkerungszahl nur allmählich an. Wilkinson nannte 60 bis 70 Männer für 1825, wohl um die 200 Personen insgesamt, und Jordan, Teilnehmer der Rolfs-Expedition, zählte 345 Personen für 1874. Die Zensusdaten benennen z.B. 542 Personen für 1897, 741 für 1947 und 1118 für 1968, und 1550 für 1979. Durch die Neulanderschließung kam es in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem überprozentualen Zuwachs. Der deutsche Ethnologe Frank Bliss nannte für 2013.000 Einwohner, von denen etwa 10.000 aus dem Niltal zugewandert waren. Vivian gibt für das Jahr 2004 gar 17.000 Zuwanderer an, das sind dann etwa 20.000 Einwohner insgesamt. Im Zuge der Neuansiedelung gibt es hier wieder einige hundert christliche Familien. Geschichte Wenn auch nur in geringem Maße besiedelt, so besaß die Senke El-Farafra in ihrer gesamten Geschichte große Bedeutung als Station an verschiedenen Karawanenrouten. Seit der Wende zum 19. Jahrhundert geht diese Bedeutung gänzlich zurück. Die Senke zählt zu den frühesten besiedelten Plätzen Ägyptens. Jüngste Grabungen von Fekria Hassan, University College London, und Barbara Eberich, Universität Rom, belegten, dass die Senke bereits in den Feuchtzeiten im frühen und mittleren Holozen vor 10.000 bis 6.000 Jahren, 8.000 bis 4.000 vor Christus, besiedelt war. Es ist die Zeit, in der die Jäger und Sammler sesshaft würden und nun auch Gartenbau und Viehzucht betrieben. Hassan benennt mindestens drei Feuchtzeiten, vor 9.300 bis 8.800, etwa 7.300 bis 6.800 vor Christus, 8.600 bis 7.100, 6.900 bis 6.000 und 4.800 bis 4.500, etwa 2.800 bis 2.500 vor Christus, Jahren. 1987-1988 wurden zum Beispiel von Barbara Eberich in Ainer Rammel Steinklingen und Holzkohle gefunden. Datierungen lieferten das Alter der Holzkohle zu 9.600 Jahre. Weitere prähistorische Artefakte wie Steinwerkzeuge wurden im Wadi El Obed und in der Region zwischen Raii, Raja, Raga, und Bermor und im Wadi El Obed gefunden. In Raii wurde auch dünnwandige Keramik gefunden. El Pharafra war in pharaonischer Zeit besiedelt. Denkmäler aus dieser Zeit sind keine erhalten, die heute noch auffindbaren Denkmäler stammen alle erst aus römischer und koptischer Zeit. Unsere Kenntnis fußt ausschließlich auf schriftlichen Belegen. Ursprünglich nahm man an, dass die Oase bereits seit der 5.6. altergyptischen Dynastie belegt sei. Die Titel auf zwei Brooklyner Statuen eines eigentlich im Niltal ansässigen Mannes namens Nachtsass, in HTZ 3. Sekunde, weisen ihn wohl nicht als Vorsteher des Rinderlandes, sondern eher als Vorsteher der Rinderwiese aus. Die früheste Quelle ist die Geschichte des beräten Bauern, die in der Zeit zwischen der 10. und der 12. altergyptischen Dynastie verfasst wurde. Ein Bauer aus dem Natrontal soll verschiedene Produkte im Niltal gegen Nahrungsmittel eintauschen, darunter sind Stäbe aus einem unbekannten Material aus der Oase Theau, also unser Pharafra. Der Bauer wird durch den Gutsverwalter Nemtinacht ausgeraubt, kann aber mit seiner Redekunst vor dem vorgesetzten Rensee die Straftat belegen. Drei weitere Zeugnisse finden sich in verschiedenen ägyptischen Tempeln. Dies ist zum einen eine Tempelinschrift aus der Zeit Ramses II. Im Luxor-Tempel, die die Oase als Herkunftsort von Datteln und Mineralien benennt. Wie eine Inschrift im Karnak-Tempel aus der Zeit des Königs Merantar, XIX. Dynastie, berichtet, besetzten libysche Stämme die strategisch wichtige Oase Pharafra und schnitten sie von Ägypten ab. Das letzte Denkmal ist die berühmte Oasenliste im Tempel von Edfu. Rolfs und Ahmed Fakri, 1905 bis 1973, berichten von verschiedenen Denkmälern aus römischer und koptischer Zeit, die sich aufgrund meist fehlender Inschriften nur schwer datieren lassen. So fanden sich Felsgräber zum Beispiel in Aingalaf, auch Aingila. Abenteurer und Forscher Es gibt keine griechischen, römischen oder mittelalterlichen arabischen Autoren, die El Pharafra selbst aufgesucht haben. Es gibt zwar Berichte aus arabischer Zeit wie das Kitab El Buldan von El Jacobi aus dem 9. Jahrhundert. Es ist aber nicht bekannt, woher die Informationen stammen. Unser heutiges Wissen stammt fast ausschließlich von Reisenden und Forschern ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Franzose Frédéric Kailhout, 1787 bis 1869, war der erste Reisende, der Farafra und die Gräber nahe dem Quaser El Farafra 1819 besucht. Leider benannte er sie nicht in seinem Buch. Ihm folgte 1825 der Brite Sir John Gardner Wilkinson, 1797 bis 1875. Ein halbes Jahrhundert später besuchte der deutsche Afrika-Forscher Gerhard Rolfs, 1831 bis 1896, zusammen mit dem deutschen Geologen und Paläontologen Karl Alfred von Zittel, 1839 bis 1904, zwischen dem 30. Dezember 1873 und dem 7. Januar 1874 die Senke. Die Gewehrsalve seiner Expedition hatte allerdings die hiesigen Einwohner in Angst und Schrecken versetzt, sodass sie sich den Expeditionsmitgliedern eher reserviert zeigten. Dennoch gilt seine Beschreibung der Senke zu den wertvollsten. Ab 1897 wurde die Oase von dem britischen Geografen New York L. Bietnell, 1874 bis 1944, aufgesucht und kartografiert. Ihm folgte 1912 sein Landsmann William Joseph Harding King, 1869 bis 1933. Der Ägypter Ahmed Fakhri, 1905 bis 1973, besuchte die Senke mehrfach zwischen 1938 und 1968 und lieferte wichtige Informationen zur Völkerkunde und Archäologie der Senke. Zwischen 1979 bis 1986 forschte hier der österreichische Ethnologe Frank Bliss. In den letzten Jahren erfolgten wieder verstärkt archäologische Untersuchungen durch ägyptische, deutsche, italienische und polnische Forscher. Barbara Eberich von der Universität Rom und Fekri A. Hassan vom University College London untersuchten die Region jährlich seit 1987 mit dem Schwerpunkt prähistorischer Ansiedelungen. Wirtschaft Hauptwirtschaftszweig ist die Landwirtschaft. Zu den wichtigsten Erzeugnissen zählen Datteln, Oliven, Aprikosen, Weintrauben, Orangen, Zitronen und Granatäpfel. Im Bereich von Quasael-Farafra gibt es etwa 10.000 Dattel- und Olivenbäume. Zu den angebauten Gemüsesorten zählen Bamia, Okra, Gemüsealbisch, Maluchia, auch langkapsellische Jute, Masskraut oder Gemüsejudenpappel genannt, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Radieschen, Spinat und Kürbis. In geringerem Maße wird Emmer, Gerste, vorwiegend als Viehfutter, Mais und Baumwolle angebaut. Letztere Produkte können nicht im ausreichend Maße selbst produziert werden und müssen aus dem Niltal zugekauft werden. Nach Angaben von Jordan, Teilnehmer der Rolfs-Expedition, wurde 1874 Landwirtschaft auf 300 Quadratkilometern betrieben. Das Wasser bezog man aus 18 Brunnen. In der Folgezeit nahm die Anzahl funktionstüchtiger Brunnen und der Anbaufläche ab. Eine Besonderheit stellen die Fugara-Galerie-Brunnen dar, bei denen mehrere Brunnenschächte durch einen unterirdischen Kanal verbunden sind. Heutzutage wird das Wasser aus neugebohrten Brunnen bereitgestellt. Wichtigster Brunnen ist Brunnen 6, Biersitter. Das Wasser der neuen Brunnen wird aus größerer Tiefe gefördert. Es ist um 40 Grad Celsius warm und leicht schwefelhaltig. Die Anbaufläche hat sich durch die neuen Brunnen auf das Meer als dreifache erhöht. Anstelle von Getreide werden nun verstärkt Saubohnen und Klee angebaut. Wichtigster Zweig der Viehwirtschaft ist die Kamelzucht. Weiter werden Esel, Rinder, Ziegen und Schafe gehalten und Hühner und Tauben gezüchtet. Industrie gibt es so gut wie nicht. Handwerk gibt es ebenfalls kaum. Von Frauen werden Körbe geflochten und sehr einfache Keramik produziert. Die Keramik wird aber ohne Töpferscheibe hergestellt und ist nur luftgetrocknet. Kleidung wird ohne jegliche Verzierung hergestellt. Männerarbeit hingegen ist das Verspinnen von Kamelhaar und Schafswolle, woraus Mützen, Schals und Handschuhe hergestellt werden. Vom Künstler Badre wurden auch mehrere Häuser mit Wandmalereien geschmückt. Wohnbauten wurden bis weit ins 20. Jahrhundert in traditioneller Weise aus Lehmziegeln errichtet. In den letzten Jahren nimmt aber die Verbreitung von zeitlos hässlichen Betonbauten zu. An der Oberfläche kann man zwar Eisenpürit finden. Es wurde aber nie im großen Maße genutzt und zu keiner Zeit bergmännisch abgebaut. Mit dem Nationalpark Weiße Wüste gibt es die Basis für Wüstentourismus. In den Hotels vor Ort übernachten ca. 2000 Touristen jährlich. Der Großteil der Touristen reist aber aus El Baria an. Sprache das in der Senke ausschließlich gesprochene Arabisch ist ein Dialekt. Dieser Dialekt unterscheidet sich aber deutlich zu denen in El Baria und Etdachla. Anreise El Farafra ist über Fernverkehrsstraßen von Kairo El Giza über El Baria, Fernverkehrsstraße 10, und von Luxor bzw. Asyut über El Chaga und Etdachla erreichbar. Die Ortschaften sind mit Bussen von Upper Egypt Travel erreichbar. Die Fahrzeiten findet man im Artikel über die Stadt El Farafra. Eine Direktverbindung vom Niltal besteht über die Dashlaut El Farafra Route, die als Abzweig der auf der Nil-Westseite verlaufenden Wüstenautobahn El Giza nach Luxor und Asyuan, der Kairo-Luxor-Desertrot, Bayer im Osten, westlich von Dashlut bzw. westlich von Derut, nördlich von Asyut, beginnt und in der Stadt El Farafra bei auf die Fernverkehrsstraße 10 mündet. Die antiken Routen sind auch noch nutzbar, allerdings nur mit Kamelen, geländegängigen Allradfahrzeugen oder Motorrädern. Mobilität Wenn man abseits der modernen Straßen nach Etdachla oder El Baria fahren möchte, ist man auf ein geländegängiges Allradfahrzeug, ein Motorrad oder ein Kamel angewiesen. Sehenswürdigkeiten Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten befinden sich in der Wüste. Nummer 1 ist mit Abstand der Nationalpark Weiße Wüste. Im Süden der Stadt El Farafra gibt es mehrere Oasen wie Ein-Galaf, deren Besichtigung durchaus lohnt. Der Besuch lässt sich mit dem des Dorfes Ein-Esheich-Mazuku und der archäologischen Städte Ein-Bisai verbinden. Wüstenfreunde werden möglicherweise noch die Karawanenrouten nach Asyut, den Dab-Asyut, bzw. Mut ins Auge fassen. Ein ersterer befindet sich und andere die Tropfsteinhöhle El Gara, ein letzterer der Brunnen-Beardeka. Archäologen interessieren sich wohl auch noch für das Wadi El Obid. Man denke aber daran, dass man hierfür eine Genehmigung des Militärs benötigt. Aktivitäten Zu den Aktivitäten gehören natürlich das Campen in der Wüste und das Baden im Bereich der Neugebortenbrunnen. Beim Baden ist natürlich respektvoll zur einheimischen Bevölkerung vorzugehen. Küche-Restaurants finden Sie nur in der Stadt El Farafra. Unterkunft Unterkunftsmöglichkeiten gibt es nur in der Stadt Farafra. Sicherheit Die Gebiete in der westlichen Wüste zählten zu den sichersten Gebieten Ägyptens. Leider hat sich die Situation auch hier geändert. Bitte informieren Sie sich beim Auswärtigen Amt. Sie benötigen eine behördliche Erlaubnis des Militärs für Exkursionen in das Wadi El Obid und erst recht nach Anetala. In diesem Bereich ist Militär abgestellt, das den Schmuggel durch die Wüste unterbinden soll. Nördlich der Stadt El Farafra befinden sich zwei Kontrollpunkte, und zwar unmittelbar vor der Stadt El Farafra und am Enders Wadi El Obid. Respekt Aufgrund fehlender Straßenanwendung konnte die Senke lange Zeit vor den Segnungen der Moderne und des Tourismus bewahrt werden. Die Einwohner sind nach wie vor streng gläubige Muslime. Dies sollte bei der Wahl der Kleidung und dem Verhalten in der Öffentlichkeit Berücksichtigung finden. Alkohol gibt es so gut wie nicht in der Senke und erst recht nicht in der Öffentlichkeit. Die Kleidungsvorschriften für Frauen sind streng, Arme und Beine müssen bedeckt sein. Das gilt auch beim Baden. Einheimische Frauen sollten auf keinen Fall fotografiert werden. In anderen Fällen fragen Sie vorab lieber einmal mehr. Baden ist nicht überall möglich. Man sollte nur an den Quellen baden, die nicht von der einheimischen Bevölkerung genutzt werden. Klima Das Klima ist ganzjährig warm bis heiß und trocken. Regenfälle stellen eine absolute Ausnahme dar, die Regendauer überschreitet wenige Minuten nie. Gesundheit Als beste Reisezeiten gelten der Frühling und der Herbst. Das heiße, aber trockene Klima macht aber auch Besucher im Sommer möglich. Es ist dann aber sinnvoll, eine Siesta zwischen 13 und 16 Uhr einzulegen. Gegen die Sonnenstrahlung helfen Kopfbedeckung, Sonnenbrille und Sonnencreme. Praktische Hinweise Hilfe bei der Tourplanung, Klärung, ob Städten besucht werden dürfen, und bei der Besorgung von geländegängigen Fahrzeugen kann man im Badawia Hotel in El Farafra erhalten. Handys können nur im Umkreis von 25 Kilometern um El Farafra eingesetzt werden. Ausflüge von Farafra aus können sie leicht nach Kairo gelangen. Sie können ihre Wüstentour in El Chaga, Etachla und Bariya fortsetzen. Weiterhin lassen sich von Farafra aus die Weiße Wüste und die Schwarze Wüste bereisen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017